Immer zu wissen, wer was wann zu tun hat und welche Aufgaben noch offen sind, klingt nach einer ziemlichen Fiktion, aber genau darum soll es in diesem Video gehen. Welche Rechnungen sind neu im Unternehmen angekommen? Wo sind noch ausstehende Freigaben? Welche Rechnungen sind bereit zum Verbuchen? Welche Rechnungen müssen noch bezahlt werden? All das bekommst du in diesem Video gezeigt, wie das mit Candice funktioniert. Wir schauen ins Tool. Wir befinden uns jetzt hier in Candice auf dem Dashboard. Und wenn du ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung bist, dann stellst du dir in der Regel zwei Fragen. Zum einen, welche Rechnungen sind neu im Unternehmen angekommen und sind bereit, um sie in den Freigabeprozess zu schicken? Und welche Rechnungen sind bereits im Freigabeprozess? Die Freigabe dazu fehlt aber noch. Wie funktioniert das jetzt? Und das zeige ich dir hier. Du hast hier die Rubrik Eingang und dort findest du immer die Belege, die neu reingekommen, aber noch unbearbeitet sind. Unterteilt in drei Kategorien. Nummer eins, überfällige Freigaben, das heißt Belege, die neu reinkamen und das Fälligkeitsdatum bereits überzogen wurde. Ist jetzt hier ein Demo-Account, sollte bei dir im Unternehmen eher seltener passieren. In der Regel solltest du hier in dem Kontextmenü arbeiten, wo eben alle neuen Belege reinkommen und jetzt bereit sind, in den Freigabeprozess zu verteilen. Das sollte eher täglich passieren. Hier siehst du alle Kreditkartentransaktionen, bei denen noch ein Beleg fehlt. Genauso wie hier bei den ausstehenden Freigaben. Auch hier fehlt noch die Prüfung und der Beleg entsprechend zum Kreditkarteneinkauf. In der Spalte siehst du eben auch, wie beim Eingang, alle überfälligen Freigaben und alle offenen Freigaben. Wie läuft das Ganze jetzt in der Praxis ab? Wir stellen uns das Ganze als Szenario vor. Wir spulen ein bisschen vor in der Zeit. Wir haben Montag, den 12. Dezember 2022. Du meldest dich morgens um 8 Uhr in deinem Candice-Account ein und schaust, welche neuen Belege kamen bei dir jetzt im Unternehmen an, wurden von den Lieferanten beispielsweise an deine zentrale Invoice at unternehmen.de E-Mail-Adresse geschickt und automatisch nach Candice weitergeleitet. Du meldest dich jetzt eben morgens an und verteilst alle Rechnungen in den Freigabeprozess. Schwupps sind dann alle Belege plötzlich in der Kategorie ausstehende Freigaben. Und hier behältst du jetzt alle Rechnungen im Blick, die noch zur Prüfung offen geblieben sind. Gerade für dich, schön als Buchhalterin oder Buchhalter, du siehst dann auch zu jeder Zeit, bei welchen Mitarbeiter die Rechnung gerade liegt, um immer die volle Kontrolle zu behalten. Bedeutet, im Zweifel sollte die Rechnung wie hier bei der ausstehenden bzw. überfälligen Rechnung zu lange im Prozess liegen geblieben sein, kannst du immer noch in den Beleg reingehen und deine Kolleginnen und Kollegen direkt anschreiben mit der Bitte, bitte prüfen. Wir machen wieder ein Beispiel. Viel muss heute noch bezahlt werden. Und so hast du immer die Kontrolle über deinen Prozess. Das, was ich jetzt in diesem Szenario gezeigt habe, soll im Optimalfall gar nicht erst geschehen. Also, dass du an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rangehen musst, um sie zu bitten, Rechnungen zu prüfen. Dafür hilft dir Candice, indem alle Kollegen täglich automatische E-Mail-Erinnerungen bekommen für offene Aufgaben. Das heißt, ausstehende Freigaben, aber eben auch automatische Erinnerungen, wenn zu einem Einkauf über eine Candice-Kreditkarte der Beleg noch nicht hochgeladen wurde. Wir gehen mal zurück zum Dashboard, denn das gibt noch ein bisschen mehr her. Zum Beispiel hier im Reiter Auswertung hast du immer Kontrolle darüber, wie die aktuellen Kosten im Vergleich zum gesetzten Budget sind. Also, Beispiel hier, Kostenstelle Sales, hast du für das Jahr 2022 dir ein Budget in Höhe von 20.000 Euro gesetzt. Zur aktuellen Situation sieht es eben so aus, dass 500 Euro darüber angefallen sind, macht in der Summe 2% Ausgabe in dieser Kostenkategorie. Sprich, du hast noch 19.500 Euro übrig, hast du gut gewirtschaftet in dem Jahr. Natürlich hier unrealistisch, aber du weißt, worauf es hinausgeht. Du könntest dir hier zum Beispiel auch eine Kategorie anlegen für Geschäftspartner, um zu sehen, was du in Zeitraum X bei Geschäftspartner Y ausgegeben hast. Sehr interessant zum Beispiel zum Zeitpunkt jetzt, um für das Jahr 2023 neu in die Preisverhandlungen zu gehen. Du siehst aber eben hier auch die Rubrik Kreditkarten, um alle vorhandenen Kreditkarten im Unternehmen ganz bequem vom Dashboard aus zu verwalten. Ja, und so behältst du eben immer die volle Kontrolle über alles, was im Unternehmen gerade ansteht, insbesondere im täglichen Prozess, wenn es darum geht, welche Belege kamen neu rein und welche Belege sind noch zur Freigabe offen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.